wie nennt man das? Zutaten. Ach so, jetzt ja gerade. Warte, Engel, wie geht's eklig? Boah, Bruder, ich habe mit ihm momentan echt seit einem Monat noch nicht so richtig Kontakt, aber wenn du willst, kann ich mal anrufen. Okay. Dein Countdown weißt du, ja? Ich hab dir gesagt. Bruder, deswegen habe ich mich bisschen distanziert, weißt du? Wer was? Es gibt ein paar Leute, die wollen etwas über ihn sagen, ich sag's dir. Ich weiß, Bruder, es haben auch mich viele angerufen, haben gesagt, du bist ein guter Junge, halt dich von ihm fern, solange unser Geld nicht da ist. Ich sag dir nur, es gibt viele Leute, die werden bald über ihn auspacken. Er soll lieber das gerade machen, was er machen sollte. Kannst du bitte über ein Engel schon auspacken? Ist doch alles schon ausgeführt. Nein, nein, ihm tut das schon weh, Habibi. Guck mal, ich will jetzt nicht weiter darüber reden, ja, aber sag ihnen das, ist besser. Ich rühre ihn dann an. Ey, Yasser, umzieht Zutaten, oder kann ich duschen, sag du. Ja, okay, mit, mit sie weiter, dann äh. Nein, ich will nicht, ja, nein, ich will nicht. Okay. Ey, Yasser.